Willkommen zu einem kurzen Überblick zu einem neuen Präsentationstool der Firma Microsoft. Dieses Tool nennt sich Sway, also streichen, und bietet eine Ergänzung zum schon bestehenden PowerPoint. Sie werden bestimmt PowerPoint relativ viel einsetzen, beziehungsweise auch für etwas aufwendige Präsentationen vielleicht Prezi nutzen. Sway springt jetzt in eine Lücke, in eine Nische, die vorher vielleicht nicht da gewesen ist, aber die Microsoft nun geschaffen und besetzt hat. Sie können mit Sway nämlich wunderbar Broschüren-artige Präsentationen vollbringen. Im Moment ist Sway noch ein Preview, es wird kontinuierlich weitergearbeitet. Sie können sich aber mit einem Microsoft-Account schon mal damit befassen, wenn Sie Lust haben. Sie können diese Präsentation erstellen in einem gewissen Grad. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Und haben die Möglichkeit, das natürlich auch mit der Community zu teilen. Also auf Sway.com erhalten Sie diese Seite. Und wir schauen uns jetzt einmal an, was eine Sway, eine Präsentation, also leisten kann, wie das Ganze aussieht. Jetzt nehmen wir mal diese hier. Und Sie sehen, Sie haben natürlich gleich eine Vollbild-Präsentation. Hier oben die Möglichkeit, das in den sozialen Netzwerken zu teilen, es einzubinden, den Link zu teilen. Genau, die Einbindung des Sway ist hier. Und dann funktioniert das Ganze wie folgt. Durch Klicken können Sie die Bilder dann dementsprechend verkleinern. Und Sie haben dann die Möglichkeit, durch diese Präsentation zu scrollen. Indem Sie einfach am Mausrad drehen. Und haben dann die Möglichkeit, das Ganze wie eine neuartige HTML5-Homepage komplett durchzustrukturieren. Sie sehen, Sie haben hier die Möglichkeit, Videos einzubinden, Überschriften zu machen. Also alles, was schon bekannt ist. Das Ganze sieht hier natürlich nochmal etwas schicker aus, als es bei PowerPoint zum Beispiel möglich wäre. Wichtig ist natürlich, sich immer nur zu überlegen, wofür, für welche Präsentation brauche ich welches Tool. Jede Präsentationssoftware bietet eigene Vor- und Nachteile. Und es ist also immer wichtig, dann zu hinterfragen, müssen wir sehr visuell sein oder sehr audiovisuell, müssen wir mehr mit Statistiken arbeiten und dort mehr die Sachinhalte präsentieren. Sway ist sicherlich ein Tool, das sehr auf der visuellen Schiene arbeitet. Sie sehen, ich habe jetzt einfach mal weitergescrollt und es nimmt kein Ende ein Fass ohne Boden. Deswegen zeige ich Ihnen mal eine andere Art, wie man eine Sway aufziehen kann. Wir schauen uns hier einmal den roten Panda-Bären an. Das dauert jetzt wieder einen kurzen Moment. Wie gesagt, es ist nur eine Preview-Version und hier haben wir schon mal eine völlig andere Sway. Und hier haben wir unten unsere Kontroll-Button. Und ich klicke jetzt einfach mal weiter. Und Sie sehen, in schönen Animationen wird das Ganze dargestellt. Hier ist es natürlich sehr kleinschrittig. Genau. Und wir haben den roten Panda-Bären hier. Wir können das Bild vergrößern, können das Bild wieder verkleinern, einfach mit ein paar wenigen Klicks. Und haben dann hier Artikel, Texte, Bilder, die dann, so wie wir es wollen, hineinschweben. Okay. Alles noch sehr rudimentär, das gebe ich zu. Aber dennoch mal einen Blick wert. Süß. Okay. Wie sieht es also aus, wenn wir eine Sway selbst gestalten? Klicken wir mal auf Get Started. Und können hier auch direkt importieren. Aus Word-Dateien, aus PowerPoint-Dateien und selbst aus PDF. Okay. Wir erstellen mal eine neue. Und haben also hier tatsächlich die Möglichkeit, Texte, Überschriften, Bilder und so weiter direkt über ein Seitenmenü auszuwählen. Wir können auch Charts zu erstellen hier, Vergleiche. Das ist also wirklich schon sehr durchdacht, wenn es fertig ist. Wir machen hier einmal Test. Versuche mal ein Bild auszuwählen und können direkt hier auf verschiedene Datenbanken zugreifen. Wir können bei Bing suchen. Wir können YouTube-Videos einbetten. Wir nehmen hier mal kurz den Rohrschacht-Test. und sehen, was allerdings auch sehr wichtig ist. Es läuft unter der CC-Lizenz. Wir können sie also in unserem wissenschaftlichen Rahmen nutzen. Wir nehmen hier mal dieses Bild, wählen das aus. Beziehungsweise ziehen das auch direkt da rein. Gut, und dann ein kleiner Klick auf das Plus, um einen neuen Inhalt zu generieren. Dazu nehmen wir mal das Textfeld. Man sollte sich auch nicht vertippen. Ist egal. Und können nun das Ganze ablegen. Wir können jetzt zum Beispiel ein Bild wieder hinzufügen. Wir nehmen jetzt das hier, ziehen das einfach hinein, bestätigen das. Okay. Dann machen wir es hier wieder zu. Hier oben ist dann die Card-Section, also das Seitenmenü. Wir können das Design nochmal anpassen. Hier hat er also gleich unser Präsentationsbild als Hintergrundbild gewählt. Wir können dann auch sehen, wie dieses Stray aufgebaut werden soll. Und zwar als Top-Down-Sroller oder als Side-Sroller. Und alle anderen Möglichkeiten werden dann im Laufe der Zeit hinzugefügt. Wir haben hier also nochmal die Möglichkeit, oben links mediale Dateien einzubringen und können die natürlich auch selber hochladen. Oder auch hier nochmal dieses Sidebar erweitern mit einer eigens gewählten Quelle. Jetzt ist diese ganze Präsentation schon länger geworden, als ich wollte. Deswegen machen wir hier mal einen Cut. Sie haben Sway jetzt einmal gesehen. Es ist, wie gesagt, noch in der Testphase. Spielen Sie am besten ein wenig damit herum. Schauen Sie mal, was Sie so bewerkstelligen können. Was Sie jetzt in dieser frühen Version schon damit an Präsentationen erstellen können. Und schauen Sie immer mal wieder hinein. Und gucken für sich selbst, ob es vielleicht Ihnen und Ihrer Art zu präsentieren entgegenkommt und für Sie nützlich ist. Als letztes zeige ich Ihnen hier noch das Seitenmenü, in dem Sie dann auch gegebenenfalls weitere Sways speichern können, teilen können, etc. Auf Preview geklickt, kommt dann übrigens nochmal Ihre momentane Sway. Und Sie sehen gleich, dass das hier auch relativ schön mit Animationen oder Präsentationen des Bildes so einhergeht. Und ich würde vorschlagen, probieren Sie es einfach mal selbst aus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und entschuldige mich für das Rauschen hier am PC. Ich gelobe für zukünftige Präsentationen bzw. Videos Besserung. Machen Sie es gut. Tschüss.